Ich habe einen gesunden Humor und kann Pikachu nachmachen. Ja, dann Randa. Mach bitte. Vega Vega. Okay. Kannst du das bitte noch mal machen? Das war insane. Bitte noch einmal. Ja. Vega Vega. Oh shit. Okay, ey, be nice. What the fuck? Ja, richtig gut, ey. Richtig nice. Ähm. Damit habe ich jetzt nicht gehört. Ja gut. Schön ins Popo-Loch, ja? Wo ist das Loch? Hier? Da ist kein Loch. Da? Auch nicht. Wo ist das Loch? Da? Nein, nein. Wo ist das Loch? Hier? Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es nicht. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Wo ist es? Ich wurde gescannt. Ich wurde gescannt. Ich wurde gescannt. Das ist kein Loch. Wo ist das Loch? Achorin, Alter. Ich finde es nicht. Ich finde es noch nicht. Ich finde es noch nicht. Ich, ähm, 26. Weil ich das, seitdem mein ehemaliges League-Team so hart performt hat, ich meinen Maul richtig weit aufmache und alle in der Solo-Cue-Intel und Delusional-Shitschreibe. Vor allem tut es mir leid bei Envy, da ich ihn mal geghostet habe, Uwu. Hahaha, warte mal. Das ist schon ein bisschen. Das kommt mir eigentlich. Ach du, fuck. Ach, ich dachte, das war jemand Echtes. Ah, Mann. Ich, M17, hab mal im Klo gepinkelt dann, aber bin ich losgelaufen und es hat halt im Bad rumgespritzt, weil es noch am Laufen war. Weil ich noch in Kew war und gehört habe, dass ein Spiel gefunden wurde. Langsam. Was ingame gab es erstmal eine Krise von meiner Mutter. Wer hat da rumgebisst? Und ich habe es auf meine vierjährige Schwester geschoben. Hahaha. Hahaha. Das ist so disgusting und so witzig, ne? Oh mein Gott. Lol. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich knall meinen Kopf einfach auf den Boden und dann verreck ich einfach. Okay, let's go. Ich muss kurz einen Screenshot machen, wir gehen kurz in Paint. Weil das ist... Weil das ist... So. Ähm. Shit. Das ist nicht, was ich zeigen wollte. Hahaha. Hahaha. Du. Nochmal. Geht das nicht? Das geht leider nicht. Oder... Ich weiß nicht, ob man das anwendiger überspringen sollte. Was ist das shit? 10. Damage. Und AP Ratio. Ja, whatever. Fuck. Okay. Das ist sehr, sehr, sehr... Great. Wie cool ist das denn? Ich bin ein Vampir. Versace. Das ist nicht vollkommen normal. Das war so furzt. Und dann ist das so richtig laut. Und dann denkst du nur, alter, what the fuck? Das kann so laut werden? Äh, das ist... Wait. Das ist ein Jungle, ein Kha'Zix-Man. Äh, wat? Das ist so high elo? In meiner Erinnerung ist der Typ komplett trash. Okay. Leute. Das, das, das bin ich. Guck euch das an. Das bin basically ich. Ich bin Kha'Zix-Applein-Kane. Wait, warum hat der eine gute Kha'Zix-Man-Rate? Ich will auch. Jetzt wird's sehr unangenehm. Aber meiner Mutter hab ich versprochen, falls du mich nimmst, gib sie dir gerne einen Apfelkuchen aus. Das kommt sympathisch rüber, meinte sie. Nochmal so zum Ende. Ja. Sehr nett. Okay, danke. Ich hab auch gesagt, das kommt nicht gut. Aber sie meinte, das wird sehr sympathisch. Oh, no. Ja, okay. Das hier beispielsweise. Iiiiih! Ich stehe eher so auf Gragas. So breit. Äh, bonjour. Du bist Agorin? Äh, ja, ähm. Ja, ich bin Agorin. Und du bist, äh, Manatee, richtig? Äh, Kindred-One-Trick. Äh, wie? Kindred-One-Trick. Ich spiele jeden Champion. Meta Alice. Du Kha'Zix-One-Trick. Oh, kacke. Hallo, Agorin? Hallo. Agorin? Hallo? Oh mein Gott! Wahrscheinlich noch nicht gewinnt. Nein, wяж es zu nicht. Aaaaaah! Oh nein! Aaaaaah! Ah! 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 Ah, ah, ah! Ich mag es salzig, okay? Mich hat es in letzter Zeit sehr schwer getroffen. Wie jeden Tag bin ich alleine in der Dusche mir einen runterholen. Allerdings war diesmal etwas anders. Ich habe mir versiehentlich in meinen Mund... Okay, das lese ich nicht vor. Das ist kompletter Troll. Das ist kompletter Troll! What the fuck? Das war komplett getrollt. What? Wait a second! Ich habe gar nicht... Ich M3... ...dass ich rank genug geklemmt bin in League, damit mich ein Kumpel nicht mehr nerven kann, ob ich mit dem Doku spielen möchte. Fuckin' Fallfett! Die Frage kommt wieder auf. Wie stehst du zu Enten? Enten? Genau. Die ess' ich gerne. Schmeckt gut. Ich... 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 sehr sehr traurig dann kamen die freunde von flipper die freunde von flipper versucht das pferd zu töten es war ihnen leider einfach nicht möglich weil das pferd komischerweise zu groß war für die und irgendwie auch einfach zu kräftig sie wussten nicht genau warum es auf einmal so war weil das pferd war war stundenlang nicht zu sehen und auf einmal kommt es so kräftig und so stark raus wir müssen bitte pantheon schaff es please pantheon please 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 bitte 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 mann ey ich hasse junglen junglen ist so ein shitkack ey mann ich hasse es die gegenseite top laner sitzt einfach in meinem raptorenbusch für eine minute wo ist das counterplay ein ganze kda weniger als die average challenger k6 ist killparticipation tatsächlich höher ein bisschen um ein prozent damage share auch ein bisschen höher damage pro tod ist weniger ich sterbe mehr für meine tode ich habe 18 beiste als ich als 14 jährige geträumt habe meine mutter zu ficken ich bin danach aufgewacht und habe mich geschämt das war im november und ich war ziemlich eingenässt du bist der erste der das erfährt soll ich das meiner mutter beichten nein ich beichte dass mir eine namensänderung mein leben total erleichtert hat geboren wurde ich mit dem namen melanie fick mal es kann sich jeder denken dass die schulzeit die hölle war auch das leben nach der schule war nicht gerade einfach aber zum glück ist die namensänderung jetzt durch ich habe meine neuen papiere und alles läuft viel besser seit anfang september ist mein neuer name amtlich stephanie fick mal endlich ich weiß ich nicht nicht witzig Musik 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 Player-Hater sind neidisch, aber wir geben kein Fick, bleiben weiterhin fleißig, kutzen Saft in der Sprite drin, Kutzen Saft macht die Stripe Pink, in der Zelle mit dein Bein drin, Vor dem Richter keine Einsicht Player, Hater bleiben neidisch Player, Hater sind neidisch Aber wir geben kein Fick Bleiben weiterhin fleißig Kutzen Saft in es